Sie tappen bei Stromausfall zu Hause durch die Finsternis? Sie haben stockdunkle Ecken im Haushalt, wo es keinen Strom gibt? Sie brauchen endlich Licht, wo keines ist? Ab heute kein Problem mehr mit HandyLux Colors. Die kabellose stylische LED Allround Powerlampe für jeden Einsatz. Drinnen und draußen. Aufhängen, ziehen und alles ist hell. Einmal Klick, zweimal Klick, dreimal Klick. Einfacher geht's nicht. Kein Strom am Dachboden? Mit HandyLux Colors brauchen Sie keine Stromleitung mehr. Finstere Treppenabgänge? Einmal ziehen. Und alles erstrahlt in hellstem Licht. Das stromlose Ankleidezimmer? Einmal ziehen. Und es geht Ihnen endlich ein Licht auf. Unbeleuchtete Ecken ohne Strom gibt's in jedem Haushalt. Mit HandyLux Colors ist das vorbei. Durch die dunkle Garage tappen? Einmal ziehen. Und Sie haben alles im Griff. Ihre Kids fürchten sich im Dunkeln? Jetzt haben Sie endlich das schönste und sicherste Nachtlicht, das es gibt. Und HandyLux Colors besitzen die geniale SafeTouch Oberfläche. Sie können die Lampe jederzeit anfassen. Sie wird selbst bei 24 Stunden Dauerbetrieb niemals heiß. Das ist speziell für Kinder ideal. Ihr Mann will schlafen. Sie wollen lesen? Kein Problem. Mit HandyLux Colors. Kein Strom beim Camping. Alles tief schwarz. Ab jetzt sind Sie nie wieder auf Strom angewiesen. Eine alte Almhütte. Komplett ohne Strom. Mit HandyLux Colors beleuchtet. Wird es eine kuschelig schöne Wohlfühloase. Im schönsten Licht. Und ab sofort gilt. Wenn Ihnen zu Hause mal der Strom ausgeht. Kostet Sie das nur noch ein Lächeln. Der Stromausfall ist bei uns kein Thema mehr. Aber HandyLux Colors sorgen auch für den perfekten Fun-Faktor. Sie kommen im Mega-Package in den Trendfarben. Gelb, Orange, Magenta und Grün. Zu Ihnen nach Hause. HandyLux Colors sind auf jeder Party der absolute Hingucker. Ihre Nachbarn werden Sie beneiden. Machen Sie mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten die Nacht zum Tag. Solange Sie wollen. Mit HandyLux Colors. Und jetzt das Beste. HandyLux Colors bestechen durch super starkes, aber dennoch extrem energiesparendes High-Power-LED-Licht. Wir zeigen es Ihnen im HandyLux Colors Härtetest. Drei Qualitätsbatterien werden in eine HandyLux Colors-Leuchte eingesetzt. Einschalten. Und ab jetzt läuft HandyLux Colors mit einer Zeitraffer-Kamera durchgehend. Sehen Sie sich das an. 24 Stunden, 48 Stunden, 72 Stunden, 96 Stunden, 120 Stunden. Und HandyLux Colors leuchtet noch immer. Das ist einfach genial. Die sind total praktisch, sehen super gut aus und es gibt nichts, was besser leuchtet. Die Leuchtkraft ist fantastisch. Die Leuchtkraft ist fantastisch. Untertitelung des ZDF, 2020